Das Passwort zum Leben ist Kommunikation. Das ist ein wunderbares Zitat und eine unfassbar tiefe Wahrheit. Und ich glaube, es gibt einen Schlüssel, um diese Kommunikation wirklich zur Entfaltung zu bringen. Und das ist die Freude an der Rede. Die Freude bringt Kommunikation zur Entfaltung. Die Freude macht uns stark auf der Bühne. Und die Freude ist für mich die Quelle für die Kraft der Rhetorik. Und deswegen möchte ich heute Abend Ihnen ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie Sie vielleicht Ihren Zuhörern oder sich selbst oder im Idealfall beiden eine Freude machen können. Und das am besten von Beginn an. Denn gerade am Anfang einer Rede, da schauen wir doch alle ganz genau, oder? Wenn ein neuer Redner die Bühne betritt, heute Abend haben wir ja wunderbare Möglichkeiten, das nochmal zu überprüfen. Wenn ein neuer Redner die Bühne betritt, ist die Aufmerksamkeit bei fast 100%. Da schauen alle, wer ist das, wie klingt der, wie sieht der aus? Und gute Redner binden diese Aufmerksamkeit auf sich und ihrem Thema. Und schlechte Redner verpassen die Chance. Und obwohl das so ist, mal ehrlich, wir beginnen die meisten Reden. Der Redner kommt vorne hin, stellt sich auf und sagt, Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist René Bombonus, ich spreche jetzt über die Kraft der Rhetorik. Das ist aktive Zuhörer-Sterbehilfe. Ja, bitte. Das narkotisiert die Menschen, das ist so konventionell. Ja, wir haben es tausendmal gehört und damit ist es immer dicht dran an langweilig. Und meistens geht es ja auch in diesem Duktus dann weiter. Ich zeige Ihnen jetzt 40 Folien. Ich lese laut, Sie lesen leise. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man plötzlich nur noch so Wachkoma-Patienten vor sich sitzen hat. Ja, diese Wachkoma-Patienten, die gucken dich an, die atmen auch noch. Aber für viel mehr legst du die Hand nicht ins Feuer. Und da geht das vielleicht ein bisschen anders. Es gibt ja so ein paar Sätze, die wir echt vergessen dürfen. Zum Beispiel, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Macht euch bitte mal eins klar, ihr könnt euch bei niemandem bedanken, dass er zahlreich erschienen ist. Es sei denn, er ist Persönlichkeitsgespalten, dann macht das Sinn, aber sonst nicht. Oder auch so ein Kracher, das Offensichtliche kommunizieren. Das machen Führungskräfte sehr gerne, die kommunizieren das Offensichtliche. Die stellen sich hin und sagen so Sätze wie, wir haben uns heute hier versammelt, um Frau Gerlach in den Ruhestand zu verabschieden. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Da wurden Einladungen verschickt, versteht ihr? Die Leute sind zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Wer jetzt nicht weiß, warum er da gerade halbe Brötchenheften in sich hineinstoppt, den verabschiedet ihr am besten gleich mit. Worum geht's? Gut, jetzt sitzen natürlich immer viele da und denken, ja spitzenmäßig, jetzt hat er mir schon zwei von drei üblichen Redeeinstiegen zerschossen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe euch da was mitgebracht. Ich habe drei Ideen mitgebracht, wie ihr ab heute in eine Rede einsteigen könnt. Oder in ein Gespräch. In Kommunikation. Die erste ist gleich ein Kracher. Mein absoluter Liebling. Ich bin ein großer Fan davon. Ich behaupte, alle großen Redner arbeiten damit. Sie ist grandios. Was das genau ist, verrate ich euch später. Die zweite Möglichkeit. Ihr könnt bildhaft in eine Rede einsteigen. Ja, natürlich. Bilder und Geschichten erfinden jetzt keine neuen Botschaften, aber sie können die Botschaften flankieren und bringen sie ins Herz. Ich gebe ein Beispiel. Ich hatte vor einigen Jahren eine Führungskraft, die musste, ein Geschäftsführer, die musste seine zweite Führungsebene aufbauen. Die haben nämlich ein Projekt voll an die Wand gefahren, aber so richtig. Mit Pauken und Trompeten ist das Ding an die Wand gefahren worden. Es wurde richtig teuer. Die Stimmung war mies. Er musste die Leute jetzt wieder aufbauen. Irgendwie, es muss ja weitergehen. Die müssen es nochmal versuchen. Also klassische Motivationsrede. Man lernt das nicht als Geschäftsführer. Man muss es tun. Und zufällig findet er eine Geschichte in der Süddeutschen Zeitung von der Stadt Riesa. Die Stadt Riesa ist eine Stadt im Osten. Und die haben ein Riesenproblem, nämlich eine fette NPD-Zentrale so mittendrin. Mit NPD-Druckerei und dann bringen die alles unter das Volk. Und das ist ein Makel und die Stadt wird damit auch verbunden mit der NPD. Und das findet der Stadtrat jetzt nicht angenehm. Und die wollten die unbedingt loswerden. Und die haben alles investiert. Die haben richtig Gas gegeben. Juristisch alles versucht, die NPD loszuwerden. Aber sie haben immer verloren. Die NPD ist jedes Mal als Sieger vom Platz. Dann haben sie es diplomatisch versucht. Hintenrum. Mit den Pächtern, was auch immer. Sie haben wieder alles versucht und immer verloren. Die NPD ist jedes Mal als Sieger vom Platz. Und dann haben die sich hingesetzt. Fraktionsübergreifend. Und haben sich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir müssen noch irgendetwas tun können. Wir müssen noch was machen können. Und dann haben die sich was überlegt. Dann haben die das gemacht, was Stadträte in jedem Fall machen können. Wo ihn keiner reinreden kann. Stadträte können Straßennamen vergeben und ändern. Und dann haben die die Mannheimer Straße. Da sitzt die NPD in Riesa umbenannt. In Geschwister-Schollstraße. Das ist das großartig. Der fand diese Geschichte irre. Die erzählt er seinen Führungskräften. Die fanden die auch irre. Und dann sagt er, warum erzähle ich euch das? Na, weil die haben verloren. Gleich mehrfach. Und dann haben die sich hingesetzt und dann haben die sich was überlegt. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir setzen uns hin und wir überlegen uns was. Und dann hast du plötzlich den Spirit dieser Stadt Riesa in deinem Raum und kannst ihn nutzen für deine Botschaft. Geschichten erfinden keine neuen Botschaften, aber Geschichten bringen die Botschaften ins Herz. Wunderbar. Das ist zum Glück nicht meiner. Ich könnte nämlich nichts tun jetzt. Wunderbar. Aber ich höre das gerne. Geschichten haben eine rhetorisch eine unvorstellbare Kraft. Mehr als wir uns das ausmalen können manchmal, weil sie sofort ins Unbewusste gehen. Kindern erzählen wir Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen, damit sie aufwachen. Die dritte Möglichkeit ist ein Zitat. Das ist der Rettungsfallschirm eines jeden Redners. Du findest zu jedem Redethema ein schönes Zitat. Du musst einfach nur manchmal ein Abstraktionsniveau nach oben gehen. Ich war jetzt in einem Unternehmen, da musste jemand über alternative Finanzierungsmöglichkeiten sprechen. Da kam er dann auf Crowdfunding und sowas. Da findest du kein Zitat. Es sei denn, du fragst dich, worum geht es? Es geht um Finanzierung. Findest du vielleicht schon was. Worum geht es dann? Es geht um Sicherheit. Es geht um Planbarkeit. Verlässlichkeit. Wenn du zu diesen Begriffen losziehst und suchst, findest du ganz viele Zitate. Es gibt zwei Suchmaschinen, die ich liebe. www.zitate.de und www.wikiquote.de Wikiquote hat sogar einen wunderbaren Vorteil. Da könnt ihr nach Quellen suchen. Also ihr könnt zum Beispiel Angela Merkel eingeben und dann kriegst du die besten Zitate von Angela Merkel, also alle zwei. Hättest du, ja, auf einen Blick, ja. Ja, viele wissen das gar nicht. Wir schaffen das. Ist überhaupt nicht von Merkel, das ist von Bob dem Baumeister. Das wissen viele. Ja. Nur dem haben wir das nie vorgeworfen. Das ist der Unterschied, ja. Natürlich. Wenn du ein Zitat nimmst an dem Beginn deiner Rede, mach es bitte nicht typisch deutsch. Was macht der typisch deutsche Redner, wenn er am Anfang ein Zitat hat? Er moderiert es an. Je größer der Bildungsgrad, desto schlimmer wird das. Dann stehen die manchmal da und sagen Sätze wie Augustinus, 325 nach Christus, auf dem Weg nach Galicien, zu seinem Heeresführer, Quintilian, zu sagen wusste, da sind die ersten Köpfe auf die Tische aufgeschlagen, bevor überhaupt das Zitat kommt. Und am Anfang, wenn die Aufmerksamkeit bei euch ist, dann fangt sie ein, packt sie bei den Ohren und lasst sie nicht mehr los mit irgendeinem Moderationstext. Überhaupt werden Deutsche so komisch, wenn sie zitieren. Dann sagen die Sätze wie, wie Heinrich Gleist einst zu sagen pflegte. Jetzt hätte sich jemand daran denken, will der jetzt auch so klingen wie Heinrich Gleist? Warum spricht der denn so komisch? Einst, was ist das für ein Wort? Da klingelt das Telefon, da sind die 50er Jahre dran, wollen ihr Wort zurück? Niemand spricht so. Ich sag immer, macht einen Flurtest, wenn ihr was zu sagen habt. Auf dem Flur trefft ihr einen Freund, ihr tragt ihm die Rede vor, die ihr vorbereitet habt, für viele neue Reden werden vorbereitet. Und wenn du fertig bist, stellst du dir die Frage, fände der mich jetzt komisch? Und wenn du Sätze rauskloppt, wie Heinrich Gleist einst zu sagen pflegte, dann fände der dich komisch. Und dann schraubt er noch mal ein bisschen nach vielleicht. Das sind die drei Möglichkeiten, Fragen bis hierher. Ja klar, was war denn die Eins? Hat er gar nicht gesagt. Ja, hab ich nicht gesagt. Das ist ein Informationsdefizit. Und das bindet Aufmerksamkeit, es macht uns nämlich unzufrieden. Und Unzufriedenheit hält uns in Aufmerksamkeit. Ich sag euch, wie ich drauf gekommen bin. Ich komm ursprünglich aus dem Westerwald. Ja. Irgendwann wollte ich mal weltoffen und freundliche Menschen kennenlernen. Da bin ich nach Mittelfranken gezogen. Aber ursprünglich komm ich aus dem Westerwald. Ich bin Montabauer zur Schule gegangen. Montabauer, das ist da, wo der ICE immer hält. Und ihr euch fragt, warum halten wir hier? Ist der kaputt? Da wohne ich. Und da bin ich zur Schule gegangen, auf ein altsprachiges Gymnasium. Und in der 10. Klasse haben wir eine Abschlussfahrt gemacht. Nach Latein konnten wir nicht fahren. Da sind wir nach Frankreich gefahren. Und jetzt stehen wir da in der Provence, Südfrankreich. Und ihr kennt vielleicht diese Touristenattraktion Fontaine de Vougluse. So ein riesiger Fels, kommt eine Menge Wasser raus. Und dann gibt es da so Wasserfälle, das ist irgendwie schön und pittoresk. Jetzt stehen wir auf diesem Plateau, vor diesem Fels, wo das Wasser entspringt. Und unser Klassenlehrer, Helmut Blumenröter, fängt einen an, ein Referat anzuhalten. Und jetzt frage ich euch, wie interessiert ist man als 15-, 16-jähriger Mensch, so am Referat des Klassenlehrers zum Thema Fontaine de Vougluse? Ich würde sagen, das Interesse nähert sich so asymptotisch der X-Achse an. Aber die ersten Sätze schenken wir ihm. Wie wir jedem Redner immer die ersten Sätze schenken, und er nutzt sie. Er sagt nämlich übrigens, aus diesem Fels kommen pro Sekunde XY Kubikliter Wasser raus. Und niemand weiß so richtig, wo dieses Wasser überhaupt herkommt. Ich meine, das ist ein Fels. Allein in den letzten 10 Jahren sind fast 20 Taucher darunter durchgetaucht, um der Sache auf den Grund zu gehen. Keiner von denen ist jemals zurückgekommen. Zwölf Jahre später, kein Scherz, ich stehe mit meiner Freundin auf diesem Plateau. Wisst ihr, was ich zu der sage? Zwölf Jahre später, ohne eine einzige Wiederholung, wusste ich, was da gesprochen wurde. Informationsdefizite fangen unsere Aufmerksamkeit ein. Kennt ihr TV-Serien? Schaut ihr TV-Serien an? Ich liebe TV-Serien. Die arbeiten damit. Von Folge zu Folge, von Staffel zu Staffel. Wer Serien liebt, kennt das. Letzte Folge einer Staffel, was macht man? Da kackt man euch nochmal so ein richtiges Informationsdefizit dahin. So eins, wo du sagst, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Selbst die Lindenstraße hat das kapiert. Schau mal, eine Folge Lindenstraße. Ganz am Ende passiert immer irgendetwas. Aber, und jetzt kommt's, du siehst nicht was. Du siehst nur ein Gesicht, das sieht, was da passiert. Und dieses Gesicht guckt erschrocken. So erschrocken man eben gucken kann, wenn man die Schauspielschule abgebrochen hat. Ja, das kann auch mal sagen. Und in der nächsten Sekunde kommt dann diese komische Musik, wir haben sie alle im Ohr, und fragen uns, ja, wie geht das denn da jetzt weiter? Warum schauen wir einen Tatort bis zum Ende? Auch die aus dem Saarland. Weil wir wenigstens wissen wollen, wer der Mörder ist. Informationsdefizite halten uns in Aufmerksamkeit. Und rhetorisch ist das relativ einfach. Du musst ja nur sowas sagen wie, heute werden sie erfahren, und dann sagst du was Spannendes. In den nächsten 30 Minuten erfahrt ihr, und dann sagst du was Spannendes. Das geht. Ja, natürlich. Und das ist doch der Reiz, wenn der Opener so schön ist, oder? Elisabeth hat sich für den Bildhaften entschieden. Elisabeth Motsch, das war die erste Rede, die ich gehört habe, war ein bisschen zu spät. Und sie hat sich für die Variante entschieden, 1995. Mein erster Vortrag. Ich weiß noch die ganzen Details, weil das so interessant war. Es gab noch keinen Beamer, sagt sie. In Österreich übrigens, Elisabeth, sonst schon. Ja, das ist, er muss man auch mal dazu sagen. Ja. Das ist... Oder Christian. Christian ist situativ eingestiegen, so nennt man das. Also er hat quasi sozusagen den Vortrag aufgenommen. Er ist ja sehr spontan eingesprungen. So spontan, dass man ihm die Kleidung aus diesem Bühnenstoff rausgeschnitten hat. Und das hat er dann gleich thematisiert. Und dann sind wir voll da und alle haben die Aufmerksamkeit, oder? Und das könnt ihr ausprobieren. Und mit der Freude macht ihr nicht nur den Zuhörern eine Freude, sondern euch selbst auch. Und ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel ist zu gelungener Kommunikation. Und ich finde, wir sollten viel mehr kommunizieren, oder? Wir kommunizieren viel zu wenig. Wir lassen viel zu viele Dinge ungeklärt. Und ich auch. Und vor einigen Monaten wurde mir auch sehr gut der Spiegel vorgehalten. Ich war mit meinen Jungs in Nürnberg. Ich habe zwei Kinder. Der Johann ist drei, der Leo ist sieben. Und wir fahren ganz gerne mit dem Zug mal nach Nürnberg rein, machen irgendwas, fahren mit dem Zug zurück. Ist ein Tag weg, die Jungs finden das gut, ich auch. Und wir sind so eine halbe Stunde, 35 Minuten mit dem Zug entfernt. Wir fahren also von Nürnberg zurück nach Hause, nach Eckenthal. Und in Nürnberg schon steigen zwei Flüchtlinge ein zu uns. Und die wollten auch nach Eckenthal. Ich kannte sie nicht persönlich. Ich wusste aber, wir haben seit über einem Jahr Flüchtlinge in Eckenthal. Kurden aus dem Nordirak. Und die vertrieben wurden vom IS. Und die kommen in diesen Zug. Und meine Jungs und ich, wir sitzen in so einer Vierergruppe. Und auf der anderen Seite sitzen diese beiden Flüchtlinge. Und es dauerte nicht lange, dann haben die Kontakt mit meinem Dreijährigen. Das geht mit Dreijährigen sehr schnell. Dann haben die Quatsch gemacht. Die haben sich versteckt. Und dann musste Johann lachen. Und wenn Johann lacht, lachen alle mit. Das ist so ein Lachsack-Lachen noch. Und es dauerte nicht lange, dann kam einer von den beiden zu uns rüber und setzte sich mit dazu. Und da ging der Feds richtig los. Die haben sich richtig unterhalten. Ganz viel, wie man sich mit Kindern so unterhält. Wie heißt du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Wo wohnst du? Und dann haben die sich gekitzelt und richtig fit. Minutenlang. Ich saß und hab mir das angeschaut und mich mitgefreut. Minutenlang haben die sich unterhalten. Und irgendwann guckt der Flüchtling mich an. Und sagt zu mir, ich spreche so gern mit Kindern. Und dann frage ich ihn, warum? Und dann sagt er, weil Kinder mit mir sprechen. Und das war für mich ein sehr starker Spiegel auch. Wir sollten viel mehr kommunizieren miteinander. Und dann würden sich viele Dinge, glaube ich, auch viel schneller lösen. Nicht nur der Einstieg in eine Rede ist sehr wichtig, auch das Ende einer Rede ist sehr wichtig. Und ich komme langsam zum Ende. Und ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Ich möchte ja so ein bisschen, zwar das so ein bisschen auch an die Moral appellieren, ich möchte schon einen Appell an euch richten, was Kommunikation angeht. Aber es soll ja auch nicht so komisch klingen, so von oben herab irgendwie. Und dann habe ich mir was Besonderes überlegt, weil ich diese Dialektik lösen musste. Ich werde mich verabschieden und es wird avalativ sein, aber es wird lyrisch sein. Ich habe den Text vor einer guten Woche geschrieben. Ich konnte ihn leider nicht oft üben. Ich hoffe, es passt. Und es ist auch eine kleine Hommage an Gedanken tanken, die diese wunderbaren Bühnen hier bereiten. Ich darf schon das zweite Mal sprechen. Das sind wunderschöne Bühnen, auch heute Abend. Und der Text geht so. Und deshalb achte auf deine Worte. Vor allem auf die Sorte derer, die verletzen, die Menschen entsetzen, die Nationen auseinander dividieren, ohne sich für Unwahrheiten zu genieren. Und deshalb achte auf deine Worte. Und wähle eine Sorte, die Menschen vielleicht sogar beglückt, in denen sich Respekt nicht allzu sehr versteckt. Und deshalb achte auf deine Worte. Denn Worte können heilen. Und also lass uns doch verweilen im Nachdenken, im Sinnieren. Denn gute Worte brauchen Zeit. Worte berühren, verführen, betören und zerstören. Worte verletzen und können heilen. Mal eilen sie, von Herz zu Herz kritisieren und verursachen Schmerz. Worte fantasieren, dirigieren, schwadronieren, kontrollieren, insistieren, faszinieren, aktivieren. Worte bringen gute Ziele zum Sieg, gewinnen und nehmen Abschied. Worte formen Beziehungen. Und auch wenn es dich bedrückt, sie entscheiden dadurch über Glück und Unglück. Worte weisen dich in deine Schranken oder lassen dich Gedanken tanken. Worte kannst du wörtlich nehmen. Und deshalb achte auf deine Worte. Also los, machen wir die Welt zu einem besseren Ort. Und am Anfang, am Anfang steht das Wort. Weltweise kommt gut an. Vielen Dank. Herzlichen Dank.